Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2, der von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht und zwar auf dem Turm hier hinten beim Hangar, wo er immer unterwegs ist, wenn er auf dem Turm anzutreffen ist. Wir schauen uns an, was er dabei hat, ich gebe meine Expertise ab, wie man das eigentlich jedes Wochenende gewohnt ist. Wie immer hat er dann ein exotisches Engram dabei, das machen wir dann ganz am Ende auf, dann Lord der Wölfe, ist ein relativ interessantes Schrotflintchen, denn wir haben hier folgende Fähigkeit, er drücken, also die Nachladetasse drücken, erhöht Feuerrate deutlich und feuert vollautomatisch. Heut eine wuchtige Distanzwaffe, äh Distanzsalver aus Solar, Schaden ab. Die Waffe ist ganz cool, weil ihr hier innerhalb kurzer Zeit sehr, sehr viel Schaden machen könnt, eine Zeit lang war sie im PvP auch ganz gut, hab sie im PvP aber schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Für PvE ist sie ganz spannend, weil sie eben in kurzer Zeit extrem viel Schaden raushaut, sie spielt sich als Schrotflinte ganz anders, ich sag's mal so. Wenn es Leute gibt, die sehr gerne mit Schrotflinten unterwegs sind, probiert die hier mal aus, ihr werdet feststellen, okay, das Ding ist ganz witzig für PvE, da könnt ihr viel Schaden in kurzer Zeit machen. Es ist meines Erachtens nach kein Must-Have, aber sie ist ziemlich gut. Dann haben wir Schwachkopf Radar mit einem 64er Gesamtwert, das ist in Ordnung, zeigt beim Zielen ein Radar, Radarauflösung verbessert, wenn man sich duckt, markiert Ziel visuell, verursacht beim Ziel mit geringer Gesundheit mehr Schaden, gewährt einen kleinen Vorteil für die Effektivität in der Luftstätwert für alle Waffen. Grundsätzlich, finde ich, gibt es für PvP und auch für PvE deutlich bessere Exos als die hier. Es gibt ein paar Situationen, die schon von Vorteil sind, aber grundsätzlich ist es meines Erachtens nach kein Must-Have. Wenn ihr aber Freude daran habt, beim Zielen durch das Fernrohr trotzdem ein Radar noch aktiv zu haben, oder allgemein eine bessere Radarauflösung, also dass das Radar noch ein bisschen präziser zeigt, wo der Feind herkommt, dann holt euch die natürlich. Für die Titanen haben wir hier ewigen Krieger mit einem Gesamtwert von 65. Arkus-Todesstöße gewähren einen sich steigenden Schadensbonus für Arkus-Waffen. Erhalte einen Überschild, wenn du Chaos-Faust aktivierst, und erhalte die höchste Schadensbonusstufe für Arkus-Waffen, wenn die Chaos-Faust super endet. Die Exo haben sie ein bisschen geändert, die war früher tatsächlich anders aufgebaut. Mittlerweile ist sie in einer logischerweise Arkus-Kombination mit Arkus-Waffen relativ spannend. Ich habe hier nie getestet, wie hoch der Schadensbonus ist, aber rein von der Beschreibung her stelle ich mir vor, für PvE kann man da sehr, sehr schöne Arkus-Waffen-Kombinationen machen, gerade wenn ihr das zum Beispiel mit einer Icalos kombiniert und die dann noch zusätzlich Arkus-Verkettungen drauf hat. Also man merkt schon, worauf ich hinaus will. Man kann da schöne Builds machen, weil Arkus auch schöne Verkettungen hat, da kann man durchaus was rausholen. Für PvP eher weniger, auf der anderen Seite, wenn ihr natürlich in der Super dann ein Überschild habt, ist auch nicht verkehrt, aber ich sehe die Exo eher für PvE. Dann die Exo-Doch-Exo-Handschuhe für den Warlock. Mit einem Gesamtwert von 65, ist völlig stabil, kann man brauchen. Waffen sind sehr schnell bereit und laden sehr schnell nach. Gewährt einen kleinen Vorteil in der Luft, also ich lese es jetzt nicht so vor, das Übliche, wenn ihr in der Luft seid mit Waffen. Die Exo ist für die Warlocks für PvP sehr interessant. PvE würde ich sehr abraten, man kann es spielen, aber für PvP liegt da der Fokus. Ihr könnt die Waffen sehr, sehr schnell wechseln, das heißt, wenn ihr zum Beispiel Handfeuerwaffe für Schrotflinte spielt und euch pusht einer schnell um die Ecke, könnt ihr sehr, sehr schnell zur Schrotflinte wechseln, wenn ihr die Handfeuerwaffe in der Hand habt und den Feind dementsprechend schnell wegschießen. Ist für PvP, für schnelle Reaktionen sehr, sehr nice. Auch das schnellere Nachladen dürfte physisch sprechen im PvP, ich glaube, das ist klar. Wenn ihr also gerne als Warlock PvP unterwegs seid, holt sie euch, testet sie, ihr werdet positiv überrascht sein. So, dann hier ganz kurz noch die Falkenmond und dann haben wir die Exos durch, dann komme ich zu den Waffen. Bei den Waffen wisst ihr, bevor das Ganze gezeigt wird, schnell Werbung von meinem Werbepartner. Denn Holy Energy hat super leckere, ja, Energydrinks zum selber mixen, da könnt ihr mal reinschauen in der Beschreibung. Die haben entweder Energies, die ihr machen könnt, oder auch Eistees, die haben auch Hydrations. Das ist ein bisschen wie ein Eistee aufgebaut, ohne Koffein halt eben. Schmeckt sehr, sehr gut, haben auch erst kürzlich neue Geschmäcker rausgebracht, haben ein riesiges Sortiment und ist ein sehr, sehr geiles Produkt. Nahezu kein Zucker drin, wenn ihr also Energydrinks wollt, die ihr selber mixen könnt und ein bisschen auf Zucker verzichten möchtet, schaut gerne in der Beschreibung nach. Da gibt es einen Link. Die haben übrigens auch Probierpakete, das heißt, mit den Probierpaketen könnt ihr auch entspannt euch durch Geschmäcker durchprobieren und mit dem Robatcode noch ein bisschen was sparen. Und wenn ihr das machen wollt, so könnt ihr günstig euch mal durchprobieren, euch einen Überblick zu verschaffen. Gut. Damit wäre ab dem Ende. Schauen wir uns die Waffen an. Wenn ich was sage, dann sage ich, die ist gut, die ist nicht gut. Die finde ich jetzt nicht so gut. Und wenn ich sie gut finde, labern wir ein bisschen länger drüber. Ich finde Fressrausch eigentlich ganz nice mit schnellem Nachladen. Ich glaube, die Waffe lädt unglaublich schnell nach in dieser Kombination hier. Adrenalin-Junkie bin ich jetzt nicht so begeistert. Ich sage es mal so, wenn ihr noch nicht viele gute Waffen habt, das Automatik-Wer hier scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Da würde ich eher die Finger davon lassen. Bei der Gläfe. Ja, gute Frage. Ich bin gar nicht so der Gläfen-Spieler. Grundsätzlich mit umzingelt. Ist ja auf einer Gläfe schon ganz gut. Also rein von den Fähigkeiten her sieht sie ganz stabil aus. Ich glaube, wenn man Gläfen gerne spielt, taugt die durchaus was. Die Ikelos würde ich hier eher weglassen. Bei dem Maschinengewehr, Graberäuber und Schützenlinie. Schützenlinie ist zwar ganz cool, aber Graberäuber bin ich nicht so Fan davon. Deswegen eher nein. Und hier würde ich ja auch eher sagen nope. Gut. Schauen wir uns direkt die Rüstungen an. 66er Gesamtwert, ja völlig stabil. Die kann man brauchen tatsächlich. Würde ich sogar empfehlen, wenn man ja ein Disziplin-Bild macht, also mit vielen Granaten. Dann 67 auf der Brust. Okay, ein bisschen viel Mobilität für meinen Geschmack, aber da gehen die Geschmäcker ja auseinander. Von daher kann man sich auch gönnen. Den Helm würde ich gar nicht nehmen. Das ist viel, viel zu tief. Hier haben wir die Füße. Die würde ich persönlich jetzt nicht präferieren, weil mir da auch wieder zu viel Mobilität ist. 22 Mobilität. Da finde ich, ist die Verteilung der Punkte nicht so ideal. Deswegen würde ich die Finger davon lassen. Aber Leute, die gerne Mobby spielen, können dann natürlich sagen, okay, das mache ich doch. Dann haben wir die Warlocks. Schauen wir uns natürlich auch an, sobald er geladen hat, der Destiny-Item-Manager. So, 64 ist mir persönlich ein bisschen zu tief. Alles, was unter 65 ist, fasse ich in der Regel nicht wirklich an, außer es geht nicht anders. Hier würde ich aber sagen, mache ich eine Ausnahme mit 28 Stärke. Wenn ihr also ein Stärke-Bild bauen wollt, ich meine, da habt ihr es, ne? Dann 65, hier haben wir wieder das Problem, ist mir persönlich zu viel Mobilität. Da fehlt die Verteilung bei den anderen. Wenn ihr aber gerne schnell unterwegs seid, könnt ihr sie euch natürlich trotzdem gönnen. 64 ist mir persönlich zu tief. Man könnte argumentieren, wenn man ein Bild macht, wo die super schnell geladen werden muss, kann man sie nehmen. Ich würde aber eher warten auf nächstes Wochenende. Vielleicht hat er dann was Besseres dabei. Bei der 64 würde ich sogar eine Ausnahme machen. Ja, Moment. Hier würde ich definitiv eine Ausnahme machen. Mobilität auf 2, das heißt, die Verteilung ist auf den anderen sehr hoch. Ein Großteil der 64 Punkte geht in all die anderen Sachen rein. Die könnte man sich durchaus holen. Die ist von den Stats her sehr solide. Gut. Dann beim Jäger. Ja, 63 mit viel zu viel. Die Handschuhe würde ich nicht nehmen. Hier haben wir das gleiche wie beim Warlock mit einem 64er Gesamtwert und 2 auf Mobi. Ist die Verteilung sehr schön. Die kann man durchaus brauchen. Ist völlig akzeptabel. Beim Helm würde ich die Finger davon lassen, auch wenn die Mobi hier ein bisschen tiefer ist. Womit viel Belastbarkeit? Man kann sie holen. Wenn man ein bisschen mehr Belastbarkeit braucht, kann man die durchaus mitnehmen. Ja, 63 würde ich eher sagen, nein. So viel Intellekt braucht man in der Regel nicht, außer man würde explizit ein Bild für etwas in diese Richtung bauen. Aber grundsätzlich würde ich da eher nein sagen. Gut. Das war's von den Rüstungen, den Waffen und den Exus. Machen wir noch das exotische Engram auf. Ganz am Ende. Was haben wir hier drin? 65. Da habe ich was Besseres im Tresor liegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von daher kann ich die zerlegen. Gut. Das war's vom lieben Xur. Wir haben uns den ganzen Herren mal wieder angeschaut. Wie jedes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst sehr gerne einen Kommentar da. Feedback ist gut für den Algorithmus. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.